Guten Abend miteinander. Cobb hat für Sie den besten Grund, täglich einzukaufen. Nämlich das feine, ofenfrische Brot aus den 40 Cobb-Bäckereien, die in der ganzen Schweiz verteilt sind. Eine ganz besondere Spezialität der Cobb-Bäckermeister, das ist der feine Butterzopf aus frischer Milch und aus reinem Anken gemacht. Gerade richtig für herzhafte, gonfischnitten ist das Cobb-Halbwissbrot. Und neu bei Cobb ist das Linsamenbrot mit diesen schmackhaften Sesamkörnern. Bei Cobb gibt es aber auch das Vollkornbrot und die feinen Bauernschnitten von Bero. Sie sind speziell gut haltbar. Ein schmackhaftes Spezialbrot für Diät ist das Cobb-Diabetikerbrot. Und das Kleienbrot, das hat ganz natürliche Ballaststoffe. Und darum ist es besonders gut für die Verdauung. Und eine herzhafte Cobb-Spezialität, das sind die goldbraun-backenen Ki-Burgerli. Sie sehen, das ist die tägliche frische Leistung von Cobb. Offenfrisch. Und natürlich erntefrisch. Denn Cobb ist auch Ihr Spezialist für frische Gemüse und für frische Früchte. Eine ganz besondere Delikatesse sind jetzt Avocados unter der Qualitätsmarke Carmel. Und die Zubereitung ist ganz einfach. Sie schneiden bei den Avocados das Fruchtfleisch die Länge noch ein, bis zum harten Kern. Und dann drehen Sie die beiden Hälften vorsichtig gegeneinander. So löst sich der Kern. Den können Sie dann mit einem Löffel noch rausnehmen. Die Schale, die lassen Sie dran, zum Schutz. Und jetzt kann man marinieren mit ein bisschen Zitronensaft, mit etwas Salz würzen und mit Pfeffer. Und jetzt können Sie die Vertiefung mit allerlei feinen Sachen auffüllen. Mit Fleischsalat, Pouletsalat oder Gemüsesalat. Und im Nu haben Sie eine wunderbare Vorspeisse. Jetzt habe ich Ihnen noch einen nützlichen Tipp für die Avocados. Die sind nämlich nur richtig gut zu messen, wenn sie auch weich sind. Die Avocados sollten sich also noch ohne zu drücken weich und elastisch anfühlen. Wenn Sie sie mal zu her gekauft haben, lassen Sie sie ruhig noch bei der Zimmertemperatur ausreifen. So, wie wäre es mit so einer exotischen Abwechslung? Die Gelegenheit ist jetzt besonders günstig. Bei Coop gibt es jetzt eine Grossaktion von Avocados unter der Qualitätsmarke Carmel. Wir wünschen Ihnen jetzt schon recht einen guten. Ja, Moment, ich habe hier noch eine Mitteilung für alle Einwohner von Meligen im Kanton Aargau. Morgen Morgen um 8 Uhr geht ein neues Coop-Center auf. Mit einer schönen Metzgerei. Sie sehen, Coop sorgt immer wieder für neue, moderne Einkaufsmöglichkeiten. So, und jetzt danken wir Ihnen, dass Sie für uns Zeit hatten. Auf Wiedersehen. Jetzt gibt es bei Coop den beliebten Kiesacker-Rahmbläser in der Spitzenqualität mit dem stabilen Metallbehälter für 35 Franken. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop 1 kg Weissmehl für 1,35. 250 g Kochbutter für 2,30. 500 g Pflanzenmargarine Bonjour mit 10 % Butter für 2,45. 10 mittlere Importeier für 1,95. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag ein Russenzopf an 450 g statt 3,80 nur 3,30. 500 g Brüsseler nur 1,70. Hier noch der aktuelle Preisschlager. Bei Coop gibt es jetzt die Armstützstrumpfhose Relax in der Grössen 8,5 bis 10,5 für nur 4,90. Und Grössen 11 bis 12 für nur 5,90. Auf Wiedersehen bis nächsten Mittwoch. Auf Wiedersehen bis jetzt 40,50. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen bis nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.